Vor den Augen einer gestrengen Fachjury wurde Donnerstagabend in der Wiener Kruger Spa wild gemixt, geschüttelt und gerührt. Jeder einzelne Cocktail musste im Anschluss probiert und bewertet werden. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, schließlich galt es den Barmann des Jahres zu finden. Das hat einen drei Runden gegeben. Eine Runde war mit Sekt, die zweite Runde war mit Wodka und die dritte Runde war Freestyle. Ich habe ja keine Ahnung von Cocktails. Ich kann wirklich nur beurteilen, schmeckt er mir oder schmeckt er mir nicht. Sie mussten glaube ich neun Cocktails probieren. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Ich habe von überall nur genippt. Also wenn ich die alle hätte trinken müssen, dann wäre ich am Weg ins AKH wahrscheinlich. Tag, du hast gerade neun Cocktails bewertet. Wie geht's dir? Naja, ich kann mich jetzt Gott sei Dank anlehnen. Es geht mir gut. Etwas übersüßt, sagt man das so, aber die waren wunderbar, großartig. Wie viel Zeit hat er dir? Ich glaube 15 Minuten. Also so schnell habe ich noch nie so viel getrunken. Was ist Ihr persönlicher Lieblings Cocktail? Ich kann da wirklich nur sagen, ich habe gar keinen jetzt. Früher hat es gegeben ein Lokal, das Trader Wix geheißen. Und da hat es gegeben den Trader Wix Special. Da war ich so 19 ungefähr. Und das einzige Ziel war damals mit möglichst wenig Geld in möglichst kurzer Zeit betrunken zu werden. Und der Trader Wix Special war so, dass er sehr günstig war. Und man war innerhalb von einer, sagen wir, halben Stunde sehr betrunken. Und das war damals, bevor ich 20 Jahre alt war, mein Lieblingskaufjohn. Können Sie sich erinnern, ob er geschmeckt auch hat? Nein. Die Ansprüche wurden mittlerweile natürlich in die Höhe geschraubt. So wurden an diesem Abend auch die Kreativität, der Mut zur Innovation und die Professionalität bewertet. Nach welchen Kriterien haben Sie denn heute bewertet? Doch nach dem, was am meisten Geschmack und Alkohol hatte. Weil die anderen waren ja Gesundheitsdates. Es ist so, dass unsere Tester in Österreich ständig unterwegs sind und Lokale testen. Und die schauen sich natürlich auch Bars an. Und haben herausgefiltert eine größere Anzahl von Barkeepern. Und drei von diesen schon vorausgewählten sind heute angetreten hier zur Schlussauswahl. Gesiegt hat letztendlich dieser junge Mann aus Wien. Thomas, du bist jetzt Barmixer des Jahres. Was heißt das jetzt für dich? Es bedeutet mir ziemlich viel, weil ich nicht gedacht habe, dass ich wirklich den ersten Platz belege. Vor allem dadurch, dass die Konkurrenz sehr hart war. Aber ich habe es geschafft und es ist wirklich ein Hammer. Was glaubst du, war entscheidend, dass du gesiegt hast? Am Schluss, als ich nur ein paar Zutaten hatte für einen Cocktail, war auch Hendrix Gin dabei. Ich mixe oft mit Hendrix Gin und habe eine gute Kombination erwischt. Damit konnte er letztendlich auch Dagmar Koll auf seiner Seite ziehen, obwohl sie ursprünglich einen anderen Kandidaten favorisierte. Ich wollte nur werden für den Bregenzer. Den dicken, etwas schon vollen Westösterreicher. Aber nachdem er am Schluss so ein fades Getränk geschickt hat, habe ich mir gedacht, der, der mit Herzklopfen gezittert hat am ganzen Leib, der noch die Karriere vor sich hat, habe ich für ihn dann einen Sex gegeben. Also es hat ein bisschen das Herz mitgewotert bei Ihnen. Absolut, bei mir ist immer das Herz dabei. Vergeben wurde die Auszeichnung von Top Spirit und Go Milieu gemeinsam mit der österreichischen Barkeeper-Union. Für den Gewinner eine große Ehre. Was hat der Sieger jetzt von seinem Sieg? Na, erstens einmal wahrscheinlich, wenn ich mich ein bisschen hier umschaue, relativ viel PR und PR ist sehr viel wert. Er hat in Go Milieu eine längere Beschreibung seines Daseins. Einen Preis hat er und Applaus für den Film. Aber damit nicht genug. Als Draufgabe gab es noch diesen speziell angefertigten Bar-Shaker. Und das war der Karte, weil es sehr viel wert ist. . Das ist das, das ist das, das ist das, das ist das.